Der Industrieverband Technische Textilien Rollladen Sonnenschutz, ITRS, ist die Heimat für Branchen und Unternehmen, die sich mit technischen Textilien, ihren Rohstoffen sowie der Verarbeitung und Herstellung textiler Endprodukte beschäftigen. Das Besondere an dieser Interessenvertretung, das zeigte sich auch bei der stimmungsvollen, emotionalen Mitgliederversammlung am 17. November 2021 in Fulda ist die Vielfalt der angeschlossenen Tätigkeitsfelder. Der persönliche Austausch hat uns in den letzten 18 Monaten extrem gefehlt und das merkt man, der findet statt, es ist Bewegung drin, das ist sehr berauschend. Ich bin schon seit mehr als 40 Jahren auf diesen Veranstaltungen und aus Tradition und weil man eben immer wieder Leute trifft, mit denen man sich ganz gerne mal unterhält. Man kann hier einfach mit den Partnern, ich bezeichne meinen Wettbewerb als Partner, ja man kann sich austauschen und man kann das Netzwerk nutzen, um Dinge zu erörtern und auch gemeinsame Interessen nach vorne zu bringen. Den größten Mehrwert sehe ich durch den Austausch mit Kollegen, aber auch gerade mit Herstellern, weil man sich hier auf einer ganz anderen Ebene trifft. Es ist sehr familiär, man kommt face to face zusammen und kann sehr gute Gespräche führen. Diese Kontakte, die man dann abends knüpfen kann, die bringen ein Vielfaches von dem, was man pro Tag sogar mitnehmen kann. Also meine Beweggründe oder unsere Beweggründe waren, bei der Verbandsarbeit mitzuwirken, bei aktuellen Themen, die die Politik oder die Entwicklung für unsere Branche angehen, dabei zu sein, von vornherein mit dabei zu sein und aktuelle Trends frühzeitig zu erkennen und uns darauf einzustellen. Also die Situation in den Verbänden ist gerade bei dem ITHS sehr, sehr unterschiedlich. Wir haben also Firmen dabei, die haben eine super Auftragslage, eine super Zeit gehabt jetzt durch den Cocooning-Effekt, das ist insbesondere im Sonnenschutzbereich. Wir haben Firmen, die haben bitter gelitten, beispielsweise unsere Zeltvermieter und Zeltbauer. Insofern ist alles dabei und wir freuen uns umso mehr, dass die Leute den Spaß und die Zeit gefunden haben, hier bei uns zu sein. Das Zusammengehörigkeitsgefühl und Verbandsarbeit im Sinne der Mitglieder sind auch in schwierigen Zeiten Garanten für Zuversicht und die Voraussetzung für gemeinsamen Erfolg.